Jetzt haben wir zwei Instrumente in der Zeitachse, aber sie sehen unterschiedlich aus. Das liegt daran, dass es für das Jazzbesenschlagzeug schon Musikaufnahmen gibt und für den klassischen FM-Bass nicht. Um loszuspielen, müssen wir das Instrument öffnen. Dazu wählst du das Instrument mit X aus und betätigst dann die Schaltfläche Sound öffnen im Kontextmenü. Schneller geht es über den Kurzbefehl L1 und X. So wie beim Öffnen eines Mikrochips der Zeitachse oder beim Heranfahren an eine Gruppe. Jeder Sound lässt sich so öffnen, sogar Soundeffekte. Diese bunte Leinwand ist die Freiformansicht des Sounds. Auch der Wichtel hat sich ein kleines bisschen verwandelt. Das ist so, weil wir jetzt spielen. Wenn du deinen Wichtel von der Leinwand nimmst, funktionieren die Schaltflächen ganz normal. Aber wenn du über die Leinwand fährst, kannst du mit den Controller-Tasten verschiedene Noten mit dem Instrument spielen. Unter deinem Wichtel siehst du, welche Noten die jeweilige Taste spielt. Die Noten rechts spielst du mit den Aktionstasten. Und die Noten links spielst du mit den Richtungstasten. Diese bunten Punkte auf der Leinwand sind keine Zierde, sondern Effektfelder. Sieh, was passiert, wenn du Noten spielst, während du über einen solchen Punkt fährst. Effektfelder können den Klang eines Instruments stark verändern. Bei den meisten Effektfeldern ist der Effekt in der Mitte am stärksten und nimmt an den Rändern ab. Unterschiedliche Instrumente haben unterschiedliche Effektfelder. Für deine eigene Version des Instruments kannst du die Felder sogar bearbeiten und anpassen. Aber lassen wir uns noch nicht von all den Möglichkeiten mitreißen. Mach dich zuerst mit dem Notenspielen auf der Leinwand vertraut. Probiere die Effektfelder aus und spiele eine einfache Melodie. Noch wird nichts aufgenommen. Also tob dich ruhig aus! Im nächsten Schritt entdecken wir weitere Möglichkeiten der Freiformansicht. Im nächsten Schritt entdecken wir uns auf der Leinwand.